Angriff auf Michael Ammermüller mit viel viel Überschussgeschwindigkeit. Monfadini räumt da beinahe Ernesto Viso aus dem Weg. Haarige Situation. Das Ganze hätte auch in einer mittelgroßen Katastrophe enden können. So habt ihr Glück gehabt. Da ist er mit der Pressstange vorbei bei Michael Ammermüller und verfehlt hier Ernesto Viso nur um Millimeter.